Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich habe mich selbst gespoilert, um herauszufinden, was ich genau machen muss. Es ist relativ simpel. Da ist eine Lupe. Das muss ich untersuchen. Offenbar ist eines der Fahrzeuge diesem Massaker entgangen. Das muss der Wagen mit der wichtigen Ladung gewesen sein. Folge den Spuren und finde die vermissten Fahrzeuge. Ach, guck mal. War das Feuer auch schon? Nein. Ich kenne doch alles. Ach, das ist das Ding, wo ich schon war, wo ich mich gewundert habe, was dieses Auto da unten im Wasser macht. Oh, Kinders. Oh, und ich wundere mich überhaupt nicht. Das letzte Fahrzeug scheint einen schweren Zusammenstoß gehabt zu haben, aber du kannst die wichtige Frage trotzdem noch bergen. Oh, ein Malersplitter. Der erste. Ist die Quest beendet? Wie, wo ist Quest eigentlich? M ist Map. P, I, I, Sematary. Was ist ein Quest? Ja, guck, das ist sowieso nicht. Was war das, F? Äh, Tabulator? Nee. Wie komme ich denn auf Quest? Habe ich keinen Shortcut-Request? Okay, erledigt. So, kack, Ersatzteile. Sind wir dabei? Boah, Gott. Erledigt der Fall. Superschön. Was ist denn das eigentlich für Ausrufezeichen? Rennstoff. Ähm, naja, egal. Wir machen jetzt, wie gesagt, erst mal die Feldwirtschaft. Beziehungsweise werde ich auch nochmal kurz zu unserer Homebase mich teleportieren und dort die... Komme ich die durch? Ja. Und dort nochmal ein paar Sachen in Auftrag geben. Also ein bisschen Stahl haben wir jetzt ja wieder gesammelt. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, um fünf Titanen herzustellen. Wahrscheinlich ja nicht. So, wie noch Sachen, ja. So, ab dafür. Ja, gut, hier herstellen. Unwichtig. Ich will erst mal... nach Lunatica. Hallo. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel Bauholz wir besitzen. Äh... Wir besitzen zero Bauholz. Das ist wenig. Also tatsächlich sehr wenig. Wir machen uns mal... 15. Wieso? Okay, 15. Komm, wir müssen uns unbedingt... Titanen machen. Hier. Okay. Lass mal durchbrutzeln. Das können wir irgendwann abholen, wenn wir wieder fertig sind. Ach, halt. Wo ist denn die... beste Farm aktuell? Also ich kenne zwei Farmen. Einmal hier oben. Einmal hier hinten. Hier sind's fünf. Äh... Da unten ist noch eine Farm. Ich kann aber schon mehr. Vier? Boah, kann ich das irgendwie filter? Ach hier, Filter. Äh, machen wir alles weg, außer Farmen. Es gibt 21 Grifte. What? Alter. Eingang. Ich will jetzt mich verarschen. Wieso gibt es ja nicht hier einen Shortcut für Grifte? Äh, für Farmen. Mann, na super. Hier unten ist ja auch noch ein Gebiet. Bin ich voll... Voll vorbeigelatscht. Ja gut, okay. Dann nehmen wir uns die hier. Die Evans. Dem Evans Bauernhof. Äh, müsste der sein, war? Nach Heckenfeld. Ihr dürft eigentlich auch nichts mehr leben. Warum leben denn hier noch alle? Scheiße. So, der Bauernhof ist leer. So, Säckel in der Hand. Ja, also wie gesagt, ich will... Nee, so. Ich will nur Weizen anbauen. Der Rest interessiert mich nicht mehr. Nee, was ist das hier? Ach so, das ist hier Bären, die ich so sammeln muss. Ja, Rest interessiert mich nicht mehr. Ausrufezeichen. So, lass mal durchlaufen. Dauert halt, ne? Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Krimskrams ein, der eh rumliegt. Was ist das denn? Was ist denn hier eigentlich alles zu? Ich habe hier noch gar nicht durchs Leben. Was ist das für stümperhafte Arbeit, die ich hier mache? Ja, nein, mei, ist das shit. Okay. Noch mal ganz kurz ein bisschen Pflanzenfasern. Traktorius. Alte Windmühle, auch geil. Ein Reh. Entschuldigung, Reh. Hier haben wir übrigens einen komischen Bären. Ähm... Fleisch, ähm... Oh. Machen wir denn noch nicht Plastik? Noch mal Bären. Ja, komm, wir sammeln sie einfach mal. Doppelt, sehr gut. Aufs Loch. Die habe ich auch noch nicht durchsucht. Kann ich mir gerade nicht leisten. Gut, dann geht's wieder nach Hause. Also, Quatsch, nach Hause. Ähm... Hinten in die Wüste wieder. Äh... Nächster Weg ist jetzt... Ach, scheiße. Ach, ne, wir kommen ja gar nicht anders hin. Ähm... Auf die andere Seite. Wir suchen jetzt mal die Sachen zusammen für den... Warte, hier ist ja auch noch gar nichts tot. Äh. Für den... Zug. Ach, Bauholz habe ich nicht. Schade. Sonst hätte ich gleich mal die... die eine Brücke da repariert. Gut, also auf nach Norden. In der Hoffnung, dass wir da übers Wasser kommen. Ja, Konvoi erledigt. Naja, der wahrscheinlich Konvoi. Alles gut. Oh Gott. Ist mir peinlich. Dass ich das nicht hinbekommen habe. Da gleich rauszufiltern, wo das ist. Ist das noch ein Gegner? Na, ist egal. Ah, und hier kommen jetzt die... die tollen Gegner, ne? Jaja. Super. Oh ja. Es kann durchaus sein, dass ich jetzt... sterbe. Ist der tot? Nein. Digger, bist du blöd? Das ist doch so weltendämlich, Alter. Boah, ich hasse diese Viecher. Welchem Lagerfeuer bin ich? Ach, an dem hier hin. Scheiße. Ach, Mann. Ich kann natürlich einfach durchrushen, aber das ist eigentlich auch nicht das, was ich will. Jetzt muss ich erstmal an meine Leiche rankommen. Das ist ja viel, viel schwieriger jetzt. Digger. Aber ne, schwach. Tja. Hilft nichts. Wir müssen da durch. Ist leider der einzige Weg, der nach Norden führt. Ich liege sehr günstig. Sagen wir es mal so. Achso, für ein Blatt. Na ja, wo? Ich kann die hoffen... Also, ich kann die vielleicht auch umgehen, indem ich einfach weiter nach Norden gehe. Oh, was ist denn das? Blauer Augapfel. Achso, wiederkommen, wenn ich einen habe. Okay. Ach, hier so ein blöder Obelisk. Wo ich auch noch die Quests übrig habe. Wo guckt der hin? Der kommt zu mir. Diese Immobilie steht zur Zwangsversteigerung. Ach, cool. Lagerfeuer. Okay. Ja, können wir kurz die Hütten absuchen. Stoffe sehr gerne genommen. Holz und Emi auch gerne genommen. Oha, schöner Stahl. Ah, guck mal, ein Wunschbrunnen. Auch sehr nett. Holz und Pilz. Was hätte er denn gerne? Zweimal Mais. Na, das kriegen wir noch hin. Okay, wir töten mal ganz kurz hier. Der schießt gar nicht. Warum? Nein. Okay, voll. Also, zweimal Mais. Holen wir uns mal raus. Mal gucken, was ich mir ausruhen kann. Wird wahrscheinlich wieder nur Müll sein. Ach Gott, was ist das denn? Stein? Bären? Ah, super. Ah, kann ich alle halbe Stunde benutzen? Ah, cool. Also, jetzt in dem Fall nicht cool, weil es einfach die Belohnung überhaupt gar nicht wert ist. Naja. Achso, warte. Ich setze mich mal ganz kurz ans Lagerfeuer. Einfach nur, damit ich, falls ich sterbe, wieder hier spawne. Wie spät haben wir denn? Wir schlafen nochmal sechs Stunden. Noch nicht gleich, aber ich werde langsam müde. Was ist das für eine Aussage? Ist das überhaupt richtig? Ja. Absolut richtig. Man, ich brauche halt leider wirklich diese Pflanzenfasern. Für das ganze Brutzeln von meinen Sachen. Okay, ich brauche auf jeden Fall Baumaterial. Scheiße. Nein, ich komme von der anderen Seite nur ran. Nein. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Komm ich nicht lang. Okay, jetzt, jetzt, jetzt geht gar nichts. Wie komme ich denn da rüber? Da ist noch eine Quest. Osteingang, Untergrund. Zeitschluss. Hier ist auch noch eine Quest. Hotel zum Blauen Teich. What? Ich finde, Ersatzteile. Oh. Entschuldigung. Halt. Das nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Kann es sein, dass ich die Ersatzteile schon längst habe? Also, dass es keine speziellen Ersatzteile sind? Ah, das wäre natürlich jetzt wieder Skuba. Wo komme ich hier eigentlich lang? Ne, jetzt muss ich an diesen Viechern vorbei, ne? Ah, das ist die andere Seite von dem Zaun, wo ich nicht durchkomme. Scheiße. Ich muss hier lang. Nummer Uno. Oh, ist das wichtig. Nummer zwei. Oh, Turnaround, ey. Ja. Oh, das waren die drei. Super. Ach, endlich bin ich die los. Bravo. Es ist nicht mehr viel, was hier lebt in der Wüste. Ich habe gut aufgeräumt mittlerweile. Ach man, das ist... Die Lauferei. Ich weiß, ich habe auch irgendein Item, was mich schneller laufen lässt. Vielleicht sollte ich das mal nehmen für so eine Strecken hier. So, wo ist denn der Zug? Hier oben irgendwo, ne? Kann es sein, dass ich die Ersatzteile schon habe? Die muss ich tatsächlich erst suchen. Aber wo sind die denn? Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich komme da nicht rüber. Ist das noch irgendwas von Interesse? Nö, ne? Nö. Scheiße, ich mache den Verbindungsturm jetzt erst mal. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt durchkomme. Eventuell da hinten. Obwohl, das wird auch nichts. Ne, hier, hier ist ja schon vorbei. Ne, da komme ich auch nicht hin. Ist das hier? Ne, hier ist auch Schluss. Gut. Auch keine Option. Nach Süden könnte ich eventuell, aber hier ist... Ich komme auch nicht durch. Ach, wo kommt man denn hier durch? Hier eventuell. Da ist auch verkehrt. Da, wie gesagt, komme ich nicht durch. Kann sein, dass ich hier irgendwie mich durchkämpfen muss. Ja, ach scheiße, ey. Schaut was. Da ist noch eine Brücke, die ich nicht reparieren kann. Ich könnte mich natürlich hierherum erst mal kümmern, aber... Klasse, hier geht es auch gar nicht durch. Vulkanpass. Da muss ich mich auch durchkämpfen, bis ich hier rauskomme. Hier ist auch. Ja, hier ist Schluss. Da ist Schluss. Da ist Mauer. Achso, gut, da komme ich ja da durch. Ja, ich glaube nicht, dass ich durchkomme. Komme ich denn auf die Seite? Scheiße, Alter. Wahrscheinlich muss ich hier wirklich erst mal da durch. Oh, ist das kacke gerade. Eingang. Wo war denn noch so ein Eingang? Komme ich hier eigentlich weiter? Nee, hier komme ich auch nicht weiter. Mann. Alter, das ist einfach alles zugesperrt. Aus dem Eingang, unter... Da brauche ich diese komische Maske, also Gasmaske, die ich irgendwie immer noch nicht herstellen kann. Warum auch immer. Scheiß Wunschbrunnen. Ich bin hier wirklich einfach nur durchgelatscht. Da habe ich mir noch gar nichts entdeckt. Hier könnte es eventuell weitergehen. Okay, ich teleportiere mich mal hierhin. Ah, zack, Engeltal. So, und jetzt, da ist vorbei, gehen wir... Wir gehen erst mal zum Teil da unten, also... Oh, war hier eine Brücke? Doch, da hinten ist eine Brücke. Quer rüber, nach unten, im Unterfeld. Ja, doch, ich erinnere mich so grob an die ganze Sache hier. Lagerfeuer... Alter, hier sind ja auch noch... Alle Gegner am Leben. Das ist natürlich auch super, dass ich überhaupt gar nicht aufgeräumt habe hier. Wo komme ich eigentlich raus von diesem scheiß Schrottplatz? Oh, mach mir nicht schwach. Hallo? Äh... Ja, meine ernsthafte Frage, wo komme ich denn hier raus? Hallo? Alter. Hä? Ach, hier hinten. Oh Gott, ja. Überhaupt gar kein Umweg. So, das ist der Weg, den ich nachher laufen will. Erstmal gehe ich zu dieser komischen Mission. Ruhige dich, bitte. Und der Engeltal. So, da gibt es auch noch eine... Angestelle. Salut. Ah, hier muss ich mal kurz rein. Ja, sehr gut. Getreide. Sehr schön. Getreide immer gut. So, da gehen wir gleich hin. Ach ja, doch. Ich erinnere mich an die Mission hier. Ja, ja, Motel zum Blauen Teich. Alles klar. Sehr gut. Gehen wir, würde ich sagen, morgen an. Ja. Aber hier... Ja, ja, hier. War, glaube ich, auch so ein fetter Blob. Also, so ein... Na, wie heißt er denn hier? So ein Muskelmensch. So, auf dem Boden liegt eine einsame Seite aus einem Notizbuch. Darauf steht, dass ein Gast sich angeblich verdächtig benimmt. Sie wurde beobachtet, wie sie mit Wertsachen hantiert hat. Vielleicht sogar Diebesbeute. Im Büro des Motels sollten alle Unterlagen zu Gästen und Zimmer bef... Äh, ja, und Zimmer befinden. Okay. Wie gesagt, die Mission machen wir dann morgen. Logieren Sie mindestens zwei Nächte im Hotel zum Blauen Teich und genießen Sie einen kostenlosen Kaffee. Dann werden wir uns morgen um das Hotel kümmern. Oder Motel. Und die Mission beenden. Und dann... Ja, wir können uns noch mal kurz umgucken. Ob wir hier vielleicht nach Süden kommen. Ansonsten wird uns unser Weg hier lang führen. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie in dieses Gebiet kommen. Mal schauen. Mein Lieben, haut rein. Adios, adieu und bis morgen. Und jetzt bitte auf uns zum Schiff da. Untertitelung des ZDF, 2020